Rolex Submariner, Omega Speedmaster, Tag Heuer, Monaco Steve McQueen und Longines Legend Diver. Vier Uhren, die ich unbedingt haben musste und doch wieder verkauft habe und ich habe es keine Sekunde bereut. Hallo und willkommen bei WatchMaxus Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Die erste Uhr über 1000 Euro, die ich mir gekauft habe, war eine Omega Speedmaster. Ich habe mit der Uhr immer schon ein bisschen geliebäugelt und fand sie wirklich toll, aber mir war sie ehrlich gesagt immer zu teuer, weil der Sprung von der 1000 Euro Klasse in die Klasse über 3 oder über 4000 Euro war mir doch eigentlich zu groß. Aber wie es oft ist, manchmal gibt es Gelegenheiten und dann schlägt man zu. So war das mit meiner Omega. Ein Juwelier in meiner Heimatstadt hatte einen Räumungsverkauf wegen Umbau, sodass die Speedmaster reduziert war von damals Liste 4200 auf 3150 Euro. Kurz überlegt, kann ich andere Uhren verkaufen, kriege ich das Geld zusammen, ja und zugeschlagen. Aber ich bin nie richtig glücklich damit geworden und das Ganze hat letztendlich verschiedene Gründe. Vier Hauptgründe würde ich da nennen. Zum einen, ich konnte nur noch die Speedmaster mit dem braunen Ziffernblatt bekommen. Ich habe gedacht beim Kauf, es wäre was besonderes und ich hätte besonders viel Freude daran. Aber ich habe immer ein bisschen gehadert, dass es nicht die schwarze war und doch nicht die originale, zumindest vom Ziffernblatt her. Ich hatte ja auch ein Modell mit Saphirglas, nicht mit Plexiglas. Ich habe eine ganze Menge Kompromisse gemacht und habe immer ein bisschen damit gehadert. Wenn es das alleine gewesen wäre, hätte ich mir eine andere Speedmaster kaufen können und wäre dann glücklich gewesen. Aber mich haben auch noch andere Sachen gestört. Zwei ganz harte Fakten. Mich hat immer gestört, dass die Uhr nicht wirklich wasserdicht ist, so wie ich es für den Alltag haben möchte. 50 Meter reichen in den allermeisten Fällen, aber ich habe gerne ein kleines bisschen Reserve, dass ich auch duschen und schwimmen gehen kann damit. Viele sagen, mit der Speedmaster geht das. Aber wenn es nicht draufsteht und was passiert, geht es auf mein Risiko. Das wollte ich nicht. Und da habe ich immer ein bisschen mit gehadert. Und was mich ganz extrem gestört hat, ist die sehr eingeschränkte Nachtablesbarkeit. Ich brauche eine Uhr, die ich auch nachts ablesen kann. Und die Leuchtmasse der Speedmaster, zumindest mit meinen Augen, das hat nicht funktioniert. Und als letzter Punkt auf Dauer war sie mir ein klein wenig zu langweilig. Also habe ich sie verkauft und habe bis heute keinen einzigen Tag darüber nachgedacht, die Uhr in welcher Variante auch immer nachzukaufen. Ich bin total glücklich mit dem Verkauf. Einige Punkte an der Speedmaster fand ich toll. Den Handaufzug, die flache Bauhöhe, den Tragekomfort. Aber alles das konnte die aus meiner subjektiven Sicht vorhandenen Nachteile nicht aufwiegen. Insofern weg und gut. Die zweite Uhr, die ich unbedingt haben musste, weil ich sie für eine Ikone der Uhrengeschichte halte, das war die Longines Legend Diver No Date. Ich habe ungefähr neun Monate nach der Uhr gesucht und habe sie letztendlich im Juli 2013 gefunden. Zu dem Zeitpunkt gab es sie schon nicht mehr neu, sodass ich sie als ganz junge Gebrauchte gekauft habe und statt, ich glaube damals hat der Listenpreis 1510 Euro und ich habe sie für 1300 bekommen. Ich finde sie toll von der Geschichte her mit der innen liegenden Taucherlünette, mit dem Kompressorgehäuse. Sie ist sehr eigenständig. Sie ist wirklich auffällig, ohne aufdringlich zu sein. Und trotzdem habe ich sie verkauft, denn mich hat immer gestört, dass die Ablesbarkeit des Ziffernblattes nicht so ist, wie ich es gerne hätte. Das Ziffernblatt ist glänzend und spiegelt. Es ist sehr voll. Die Zeiger erkenne ich nicht direkt, wenn ich kurz drauf schaue. Für mich war sie eine komplizierte Uhr in Anführungsstrichen. Und dazu kommt noch, dass die kleinen Punkte der Leuchtmasse mir nachts nicht ausgereicht haben. Also habe ich auch diese Uhr verkauft. Und wie bei der Speedmaster, ich habe bis heute nicht eine Sekunde bereut, dass ich sie nicht mehr habe. Die dritte Uhr in diesem Video, die ich euch zeigen möchte, Bilder seht ihr hier irgendwo, da seht ihr die Bilder, ist die Rolex Submariner in der neuen Version mit dem großen, dicken Gehäuse der sechsstelligen Referenz. Rolex war immer in gewisser Weise ein Traum. Ich wollte eine Rolex. Ich wollte wissen, wie es sich anfühlt. Für mich war Rolex auch immer so ein kleines bisschen ein Zeichen für mich persönlich, es geschafft zu haben. Also habe ich einige Uhren verkauft und mir die Submariner gekauft. Heute weiß ich, ich war vom ersten Tag an nicht richtig glücklich mit der Uhr. Die Uhr hatte damals einen Listenpreis von um die 6.000 Euro. Ich habe sie beim Grauhändler für 4.950 Euro gekauft. Und immer wenn ich die Uhr am Arm hatte, hatte ich das Gefühl, da darf nichts dran kommen. Wenn du die jemals wieder verkaufen musst, gerade bei Rolex, der kleinste Kratzer, die kleinste Schliere, das gibt einen Shitstorm, wenn du sie anbietest. Und eine Rolex sollte keine Gebrauchsspuren. Ich war hyper nervös, wenn ich sie anhatte und habe ständig drauf geguckt und war so darauf bedacht, dass nichts an die Uhr kommt. Es hat mir einfach keinen Spaß gemacht, sie zu tragen. Ich konnte sie nicht unbeschwert tragen. Und dazu kommt dann auch noch der Faktor, dass gerade die Rolex Submariner eine der Uhren ist, die von vielen Leuten als teure Uhr erkannt wird. Spätestens wenn man am Tisch zusammensitzt und der Schriftzug Rolex gelesen werden kann. Ich bin auf keine Uhr so oft angesprochen worden und von Freunden, Verwandten, für die es unvorstellbar war, so viel Geld für die Uhr auszugeben. Ich habe mich nicht wohl gefühlt dabei. Ich habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt und deshalb ist die Uhr verkauft. Und wie auch bei den anderen beiden Uhren, ich habe nie eine Sekunde lang den Wunsch gehabt oder das Bedürfnis, diese oder im Fall Rolex auch eine andere Rolex nochmal zu kaufen. Insofern alles richtig gemacht. Ich bin glücklich und gönne jedem seine Freude an der Rolex. Für mich war es nichts. Und die letzte Uhr in meinem heutigen Quartett der Uhren, die gegangen sind und auch nicht wiederkommen, ist die Takoya Monaco in der Ausführung Steve McQueen. Toll an der Uhr finde ich, dass sie ein eigenständiges Design hat, dass sie eine Geschichte erzählen kann, dass man über die Uhr eine Geschichte erzählen kann und dass die Uhr auch im gewissen Rahmen auffällig ist. Dennoch bin ich mit der Uhr nicht glücklich geworden. Aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist sie, obwohl nominell nur 39 Millimeter im Durchmesser, als quadratische Uhr ein richtiger Klopper am Arm. Die ist extrem präsent, wirklich groß, baut auch ziemlich hoch und das hat für mich in meiner persönlichen Situation den Tragekomfort doch sehr stark eingeschränkt. Ich fand die Uhr nicht besonders bequem am Arm. Viel entscheidender für mich war aber das Saphirglas. Ein quadratisches Saphirglas mit einer facettierten Kante, die auch noch über das Gehäuse übersteht. Ich habe vor jedem Türrahmen Angst gehabt, habe permanent geguckt, nirgendwo anzuecken, weil ich genau wusste, wenn ich irgendwo antitsche und das Saphirglas eine Macke bekommt, wird es richtig teuer. Dieses Glas lässt sich nicht einfach ersetzen. Es ist eine Sonderanfertigung nur für diese Uhr und kostet ein Vielfaches von dem, was üblicherweise Saphirgläser kosten und auch diese Uhr konnte ich nicht unbeschwert tragen. Also habe ich sie verkauft und bin auch mit diesem Verkauf absolut glücklich. Was ich als Fazit dazu sagen möchte ist, manchmal braucht es eine gewisse Zeit, bis man ehrlich zu sich ist und dann sagen kann, eine tolle Uhr und für ganz, ganz viele Leute, die Uhr schlechthin, aber es ist nicht meine Uhr, es wird nicht meine Uhr und ohne lebe ich etwas sorgenfreier und habe an den anderen Uhren viel mehr Freude. In diesem Sinne, euer Watchmaxe.